Also ich muss sagen, ich bleibe aufstehen, also wenn ich die Fackel nicht bekomme, um durch diesen engen Gang zu gehen. Ich habe Ihnen doch gerade gesagt, ich gebe Ihnen die Fackel. Wir haben aber gerade noch das Glück gehabt, dass der Raum so riesengroß ist, aber wenn es noch enger ist, ist da noch alles Mögliche in der Nähe von mir. Jetzt fände ich in der Nähe von mir aus. Ja, denn gängere Gänge bedeuten, mehr Nähe zu wenden und Gekrose. Aber wie gesagt, mit Fackel vielleicht, aber ansonsten würde ich mich Petro anschließen. Moment. 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 Das war's für mich, das war's für mich, das war's für mich.